Ihr wisst, was ich meine. Cool, uh, Krankenschwester, hallo, was geht ab, man? Oh, die hat ja, äh, naja, ich sag dazu nix. Wir müssen jetzt hier lang. Und, äh, also ich hab die, ich hab die Befüßungen, ja, dass es gleich zur Schießerei kommt. Ich hab das so richtig, krass. Naja, geh schon mal in die Abstellkammer. Ich komm gleich hinterher, du Püppi. Dann weißt du, wo mal hier mein, äh, Stethoskop hinkommt. Ja. Okay. Erstmal fett hier. System hacken, war ja klar. Dann lasst mal sehen hier. So, wir fangen natürlich mit den, diesen Zahlen hier an. Drei, sieben und, also sechs, sechs, hier kommt die drei hin, vier, acht, eins. Alter, wo ist denn die drei jetzt hin? Okay. Hier kommen die sechs hin, da die eins, hier die drei. Fünf hatten wir schon, vier hatten wir auch schon. Zwei. Hier kommen die sechs hin, da kommen die drei hin. Ähm, nee, hier kommen die eins hin, hier kommen die zwei hin. Haha, geil. Lack war. Gut, irgendwas mit Nieren, Spender und, hast du nicht gesehen? Ich hab das jetzt nicht irgendwie, oh. Oh, der Arzt kehrt zurück. Oh, oh, wir müssen uns beilen. Wir müssen uns echt beilen. Oh, geht's lang, geht's lang. Hier geht's lang. Oh. Wann sind platzieren, Alter. So. 2,30, Digga. 2,30, los, 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 los. Woo. Komm schon. Oh, da war's. Alter, das war doch grad hier. Alter. Ist gar nicht so einfach, ja? So, so. Mit zwei Gehirnhälften zu denken. Weil. Ist ja, ist ja so, dass die linke Seite für die rechte Seite denkt. Und die rechte Seite für die linke Seite. Oder. Wie war das? Safeknack. Boah. Auf jeden Fall. 1,40, Digga. Los, Weil. Komm. Ganz langsam. Weil. Ganz. Oh, fuck. Die 18. So. Oh, fuck. Die 7 war's, glaub ich. Ja. So. Vorfinger Wu. Vorfinger Wu. Vorfinger Wu. Was machst du, wenn du mit 18k Red Bulls möchtest? Motherfucker. Ich will einen Tresor auf euch, nur um Organs für einen 18k Ring. Ich will einen Tresor auf euch, nur um Organs für einen Tresor auf euch, nur um Organs für einen Tresor in einem Behandlungszimmer. Seit wann gibt's das denn, bitteschön? So, jetzt müssen wir uns echt beeilen. Wir haben, wir haben jetzt ganz wenig Zeit. Achso, die Zeit ist schon weg. Gut. Können wir uns ja Zeit lassen, war? Dann, tu mal wenigstens kein, wie nennt man das, keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Boah, Alter. Ja, ich bin... Teng, es ist weg. Was hast du gefunden? Ich habe den Doktor. Er macht viele Transplante aus den Büchern. Und er hat Ties zu einem 18k Red Bulls. Ich habe gedacht, es wird rumgeballert, Alter. Weißt du, das war dann doch nicht so. So. Uh, haben wir es geschafft? Freunde, Winsons Leiche identifiziert. Leiche mit fehlenden Organen entdeckt. Beweise gegen den Arzt sichergestellt. Yeah. Yeah. Komm, lass die Stufe kommen. Digga, komm schon, komm schon. Alter, für diesen Auftrag 1200 bloß? Ey, komm, das mache ich nicht mit, Mann. Mach mal erst mal das hier. Ja. 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 Dr. Zhang told me about the troubles between you and Big Smile Lee here. You must stop this fight at once. We must be united against our true enemies. Yes, of course, Uncle Po. Good. Pakmak, see to it that Wei is formally initiated. He's been a loyal foot soldier to the Sun Han Ji. It's time to make him a Red Pole. Your initiation is Yang Leong. He has been selling to schoolgirls and was ordered to stop. He switched to the 18K instead. Make an example of him. Thank you. I will. If any of your people have not been properly initiated, bring them with you. Uncle, you still need to decide who will lead us. What about you, Pakmak? You are my greatest friend. You know my wishes better than anyone. Would you not take my place? No, Uncle. I am your advisor. I cannot lead in your place. So, if not you, who then? Chuqian Cao. He is your true nephew, your blood. Legacy, Ptoyan. Who better to preserve your wishes and keep the family together? Hmm. Chuqian. Can you handle this responsibility? Temporary chairman? Yes, Uncle. I am ready. And grateful for the opportunity. Pakmak. See that it is done. Das ist der neue Buddha. Oh. Jetzt. Entschuldigung. Ich wollte da niemanden jetzt beleidigen, aber ich muss echt sagen, so ein Anführer ist so richtig fett. Na ja, das sieht aus wie Cha-Cha Bing, Alter. Nee, Cha-Cha Bing. So hieß der Typ doch nicht von Star Wars, Alter. Wie hieß der fettes Typ von Star Wars? Hieß der? Wie hieß der? Nee, Cha-Cha Bing war ja wer anders. Ähm, ja. Jack, this way. Where are you? Getting a massage, man. Let me tell you, die Mädchen hier sind, oder? Listen, I got some news. Hehe, I'm on my way over. We got an errand to run. See you in a few minutes. Na ja, klau ich mal das Taxi. Ähm, nee, wie hieß denn der Typ, der fette Typ bei, bei Dings? Ähm, wie hieß denn der? Keine Ahnung. Schreibt's mir einfach in die Kommentare. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein paar Meter zurückfahren. Und ich werde 100... Wow, das war knapp. Ey, sorry, aber... Wollte ich nicht. Echt nicht. Also... Fick dich! Hahaha, scheiße. Fick dich! Und dann erstmal das Auto zertreten. Ey, oh mein Gott. Komm her, was hast du für mich? Hm, gefällt mir. Gefällt mir wirklich? Tragen Sie Schuhe, Hose und Shirt um 5% beim Kauf und Fahrzeug zu in. Hahaha. Was hatten die so schön für Hosen hier? Habe ich jetzt eigentlich wieder... Ja. Sonnenbrillen... Ah... Ohn... Ah... Ah... Gefällt mir alles nicht. Gefällt mir alles nicht. I like it movie! I like it movie! I like a move! Hey, Digga! Raus mit dir! Alter, du kannst nicht mal Ampeln umfahren! Was geht ab, Digga! So, wir müssen hier rein. Uh, gibt's Babes? Jacky! Du wirst das liebieren. Was ist passiert, Wei? Huh? Du bist jetzt ein volles Mitglied der Sonnean Yee. Fick mich! Bist du sicher? 100%! Ja, Baby! Hahaha! Ich hab's gemacht! Ja! Oh, nicht mehr über das, mein Mann. Es wird deinem Geil. Jacky. Sie machen mir einen Red Bull. Holy shit, Wei! Holy fucking shit! Das Schöne ist, er hat... Well, Jacky. The dream finally comes true. No shit! Hey, Wei. Don't think I don't appreciate it. I know it wouldn't have been possible without you. No problem, Jacky. Man, you want to get a massage before we go? My treat! Come on, man! Best way to celebrate you won't believe what these girls could do. Hey, Baby, come here, Digga! Komm schon, nimm mich ganz ab! Also, haha! Spiel mit meinem Aal! Mohaha! Scheiße! Nee, äh... Ich werde nicht mal reden. Nee. Holy shit! Young is one of us, Wei. Came up in no prosperity, just like you and me. Oh, he's been dealing with kids. They ordered him to stop a couple of times. Okay. Nee. Nee. Määäääääää! Jedenfalls, ähm... Oh, Junge! Jedenfalls tut es mir richtig leid Für ihn und für mich Also für Y und so Weil er halt zwischen der Polizei steht Also er arbeitet ja für die Polizei Und spielt dann halt noch Gangster Und hat in jeder Sicht Freunde gefunden Und die mir halt also wie er hier Er gefällt mir richtig vom Charakter her Und äh Ja also ich muss echt sagen Schade dass das vielleicht Keine Ahnung wie das ein Ende haben wird So Na komm her Digga Kriegst du die Fresse Junge Ja Ja Ah fuck Dieser fette Schwanz Geht mir so auf den Keks Stirb Oh du auch Oder was So angebrochen Komm schon Oh konzentration Digga Konzentration Ach nee komm Oh meine Fresse alter Wirklich Da drückst du schon Y Was macht er Er macht nichts Das ist wie bei FIFA 13 Ja wo ich mich richtig zur Zeit Richtig heftig aufrege Boah Boah Alter ich hab doch X gedrückt man Kleiner hässlicher Schwanz Alter Fick dich ins Knie Alter willst du mich verarschen Komm her Komm her Fetter Schwanz Du kriegst auch eins drauf Armbrechen Digga So Hey Hey We need to talk to you Uncle Po sent us Alter Willst du mich verarschen Mann Au Wir haben weg Erpustet Mann Hast du ja richtig gut gemacht Für deinen ersten Dienst Ja Mann Dieser erste Schock Ja wenn man jemanden zuerst umkriegt Okay